Und wenn man das ernst meint, dann muss man gesprächsbereit sein mit allen. Und deshalb haben wir auch allen Sondierungsgespräche angeboten und sie letztlich ja dann auch mit allen geführt, auch wenn die FDP zwischendurch Dampfer wollten geschlagen hat. Das waren Gespräche, die nicht umsonst waren, auch unter diesem Blickwinkel. Es war höchst interessant, mal mit den politischen Gegnern zusammenzusitzen und sich politisch über Inhalte auszutauschen, ohne dass man gleich in Wahlkampfrhetorik verfällt, ohne dass man gleich aggressiv aufeinander losgeht. Und gerade beim Thema Bildung ist in diesen Gesprächen sehr deutlich geworden, ich rede da nicht über Details, aber es ist sehr deutlich geworden, dass sie sich mit unserem Bildungsprogramm, was wir ja in den Jahren hart erarbeitet haben, was sehr umfangreich ist, überhaupt nicht wirklich auseinandergesetzt hatten. Die haben dann unglaublich viele Fragen gestellt und es war erstaunlich zu sehen, wer an welcher Stelle denn zustimmt, nickt. Ich hoffe, dass aus den Gesprächen heraus sich neue und dauerhafte Gesprächskontakte zu allen entwickeln. Denn das gehört auch zur Demokratie, dass man sich gegenseitig zuhört und sich auch wirklich mit den Inhalten der anderen Parteien auseinandersetzt. Die Gespräche waren deshalb nicht umsonst. Sie haben lange gedauert, sie haben viel Kraft gefordert, aber nicht nur Kraft. Wir hatten eine super Sondierungskommission zusammengesetzt, wirklich, dass sie die Breite der Partei auch repräsentieren. Und deshalb sage ich hier nochmal ganz offen, weil das gerade bei jungen Leuten immer so ankommt, als hätten wir die Gespräche nicht ernsthaft geführt. Das erste Gespräch war mit den Linken. Und die Linken hier in Nordrhein-Westfalen sind eine ganz besondere Sorte Mäuse. Das wussten wir auch vorher. Aber wir sind offen in die Gespräche hineingegangen, wirklich ergebnisoffen. Bei uns in der Sondierungskommission saßen von den Neuen einige, die wollten unbedingt Rot-Rot-Grün, unbedingt. Und genauso gab es die auch bei den Grünen, denn klar war, das ist die einfachste, in Anführungsstrichen, Machtoption für die Grünen. Und diese Gespräche waren wichtig. Und ich sage das hier auch, auch ich war offen. Auch ich bin offen in diese Gespräche gegangen. Das Gespräch war wichtig und wir mussten auch in einem ersten Teil, das haben wir übrigens bei allen Gesprächen gemacht, darüber reden, was uns eigentlich im Wahlkampf beschwert hat. Und viele von euch haben sich mit der Geschichte unserer Partei sehr intensiv auseinandergesetzt, das weiß ich. Dass hier ein Drittel der Kreisverbände der Linken plakatiert haben, wer hat euch verraten, Sozialdemokraten, das war für uns schon ein Beschwernis in diesen Gesprächen. Die Reaktion darauf allerdings noch mehr. Denn es kam dann die Antwort, die wussten nicht, was sie tun oder das reimt sich so schön. Ich will nicht über die Details reden. Ich sage nur, es wurde in der Presse das Bild gezeichnet, als wäre die Sondierung gescheitert, ausschließlich an der Frage, wie steht die Linkspartei zur DDR? Wie steht sie zum Verfassungsschutz? Kam nur am Rande vor. Ein Punkt, der für mich und für uns ganz wichtig war, der kam eigentlich in der Presseberichterstattung so gut wie gar nicht vor. Das war schon eine zentrale Frage, nämlich sind die Linken hier in Nordrhein-Westfalen regierungs- und koalitionsfähig? Und dieser Teil des Gesprächs, den fand ich sehr ernüchternd. Denn erkennbar wollten die Linken hier in Nordrhein-Westfalen Regierung und Opposition in einem sein. Und ich sage euch, die Perspektive, eine Ministerpräsidentin in einer Dreierkonstellation zu werden, die eh schon schwierig genug ist, und dann nicht zu wissen, ob man sich auf einen Partner wirklich verlassen kann, nicht zu wissen, ob der nicht gleichzeitig die Partei draußen zu Demonstrationen aufruft, wenn man mit denen im Landtag das Schwierige tut, was man auch in Regierung tun muss. Das war letztlich für mich der entscheidende Punkt, warum ich persönlich gesagt habe, mit denen geht das gar nicht. Und dieser Eindruck, den ich hatte, den hatten alle. Alle Teilnehmer der Sondierungskommission der SPD und alle Teilnehmer der Sondierungskommission der Grünen. Und deshalb haben wir nach diesem Punkt, als es so um Regierungs- und Koalitionsfähigkeit und auch um Themen ging, wie kriegen wir eigentlich das mit dem Haushalt hin, wo auch zum Teil erstaunlich unkenntnissig offenbart hat, ich will das nicht detailliert darlegen, deshalb haben wir an diesem Punkt gesagt, wir brauchen jetzt erstmal nicht über Inhalte reden, sondern lass uns mal unterbrechen und erstmal gucken. Und dann sind wir alle in unsere Räume gegangen. Und in meiner Kommission war keiner der Auffassung, keiner, auch nicht die, die unbedingt Rot-Rot-Grün wollten. Die haben alle gesagt, es gibt nicht den Hauch einer Chance für solch eine Koalition. Und das Gleiche war bei den Grünen der Fall. Und dann bitte ich einfach um Verständnis, dann kann man das auch nicht machen. Wir sind mit denen menschlich fair umgegangen. Sie haben das, glaube ich, auch am Ende des Tages selbst verstanden. Das war mein Eindruck. Wir haben dann noch versucht, als klar war, das wird nichts, mit den Grünen darüber zu reden, ob wir nicht mal, wenn es schon mehr Parteiensysteme in Deutschland gibt, da muss man vielleicht auch mal was Neues wagen. Ob wir nicht gemeinsam mit der CDU mal Gespräche aufnehmen sollten. Das wollten die Grünen nicht, denn sie hatten Befürchtungen, dann in den Ruf zu kommen, ihnen ging es nur um Posten und Dienstwagen. Das war verständlich. Und deshalb haben sie uns dann auch, und das meinten sie ehrlich, Erfolg gewünscht für die Verhandlungen mit der CDU. Und auch da sind wir offen hineingegangen. Weil die Schere ging ja auch immer weiter zu. Aber der entscheidende Punkt, an dem wir alle Sondierungen gemessen haben, war doch, können wir da den politischen Wechsel umsetzen mit dieser CDU. Diese CDU hat uns keine adäquaten Angebote gemacht. Wir wären auch an Punkten beweglich gewesen. Auch das haben wir offen gezeigt. Natürlich kann man nicht den anderen Partnern nötigen, alles aufzugeben und man selbst bewegt sich nicht. Das ist völlig klar. Aber das, was die CDU uns zu erkennen gegeben hat, wo sie sich bewegen wollte, das reicht nicht aus. Und ich sage mit Fug und Recht, wir sind für unsere inhaltlichen Positionen auf die Straße gegangen. Wir haben dafür gekämpft. Und wir sind nicht bereit gewesen, sie zu opfern, um in den sicheren Hafen einer großen Koalition zu gehen. Das wollten wir nicht. Und ich sage euch, mein Eindruck und unser Eindruck war, darauf waren die nicht vorbereitet. Eigentlich haben die spekuliert darauf, dass wir schon springen werden. Für uns ist aber wichtig und für mich auch, ganz persönlich. In diesem Wahlkampf und in der Phase danach haben wir Vertrauen und Glaubwürdigkeit Stückchen für Stückchen zurückgeholt zu uns. Das ist ein zartes Pflänzchen, was da wächst. Und damit muss man vorsichtig umgehen. Und ich glaube, es ist nachhaltig richtig, dass wir auf dieses Pflänzchen gemeinsam gut aufpassen. Das hilft mit dabei. Ihr wisst das, in die Sondierung der CDU kam, das kam plötzlich die FDP wieder ins Spiel. Die hatten sich inzwischen wieder besonnen, wollten dann doch noch reden. Die CDU wollte dann die Sondierung unterbrechen. Wir sollten dann erst mal die Ampel machen und zurückkommen. Das haben wir natürlich nicht gemacht, weil sonst wären wir da als Ping-Pong-Ball am Ende geendet. Denn das hätten die anderen ja mit Fug und Richter an irgendeiner Stelle auch von uns verlangt. So, dass wir die CDU zu Ende sondiert haben, sie mehrfach darauf aufmerksam gemacht haben, wenn überhaupt eine Chance bestehen soll, an unserer Parteibasis für eine große Koalition zu werben, dann müssen wir deutlich machen, an welchen Punkten wir diesen Politikwechsel in den drei Positionen, die wir genannt haben, auch deutlich machen können. Und da kam wenig. Sehr, sehr wenig. Daraufhin sind wir dann nach Beendigung der Sondierung in die Ampelgespräche gegangen. Da sind schon ein paar überraschende Dinge passiert. Mein Eindruck war, dass zumindest Teile der FDP verstanden haben, dass sie so bei ihren inhaltlichen Positionen grundsätzlich nicht mehr bleiben können. Ob das in die richtige Richtung geht, wie wir uns das vorstellen, ob da die Sozialliberalen noch in großer Zahl existent sind, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es gibt offenkundig Bewegungen, ja jetzt auch auf der Bundesebene. Es waren interessante Gespräche. Und es war auch interessant, wie beweglich die FDP war im Vergleich zur CDU. wie geneppchen würde. Mitglied Behandle He Compass